Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Freunde, heute gibt es das nächste Video und ich habe mir gedacht, anlässlich der Winterpause jetzt werden wir mal wieder das Format FC News raushauen. Ich habe heute vier Punkte, mit denen ich ja heute mich anders wenden möchte, wo wir darüber sprechen möchten. Ich denke, der ein oder andere interessante Punkt ist in jedem Fall dabei und ich würde sagen, ohne zu schnacken, gehen wir sofort in Punkt Nummer 1 rein. Und dieser Punkt ist Denis Hussein Basic. Ja Freunde, der Aufstieg von Denis Hussein Basic, glaube ich, beim FC sucht in den vergangenen Jahren seinesgleichen, denke ich, kann man sagen, für 50.000 geholt, absolut gut entwickelt, wichtige Tore geschossen, Assists gegeben, sich gut eingefügt und man konnte sehen, warum Steffen Baumgart und Co. so überzeugt war, dass er schon das Format für die 1. Bundesliga hat. Diese Leistungen sind natürlich auch nicht anderen verborgen geblieben. Deswegen wurde Denis Hussein Basic jetzt zum ersten Mal für die U21-Nationalmannschaft von Deutschland nominiert und konnte da jetzt auch schon Minuten sammeln. Und das freut mich für ihn persönlich sehr. Es ist eine gute Erfahrung. Beispielsweise Jan Thielmann spielt ja auch dort. Schön zu sehen, dass es da so eine kleine Kölner Achse gibt, sagen wir mal. Und dass er einfach für die Leistung, die er beim FC in dieser Saison gebracht hat, halt einfach belohnt wurde. Das freut mich auf jeden Fall sehr für den Jungen. Hat er sich unfassbar verdient. Ich hoffe, seine Entwicklung geht so weiter. Wir werden ihn und auch Thielmann in der Rückrunde auf jeden Fall dringend brauchen. Und ja, ich hoffe, Denis Hussein Basic genießt die Zeit da, kommt gesund wieder. Jan Thielmann natürlich auch. Und ja, sammelt Erfahrungen, die ihn dann vielleicht nochmal einen Step weiterbringen können. Punkt Nummer 2, Freunde, Jeff Chabot. Jeff Chabot, Freunde, lange verletzt, leider. Ist ja bekanntlich von Sampdoria Genua aus Italien ausgeliehen. Der FC besitzt eine Kaufoption über 2,5 Millionen Euro. Allerdings ist die Kaupppflicht, die an diesem Vertrag gekoppelt war, die ist in jedem Fall erloschen. In dem Vertrag war eine gewisse Anzahl von Spielen verankert, auf die kann Chabot jetzt aufgrund seiner langen Verletzung nicht mehr kommen. Das heißt, der FC hat jetzt quasi eine eigene Hand. Verpflichten wir ihn dann nach der Saison für teuer Geld oder schauen wir uns anderweitig um. Ich für meinen Teil muss sagen, ich war noch nie so der größte Fan von Jeff Chabot. Er hatte auch gute Spiele im FC-Trikot, das möchte ich ihm gar nicht absagen. Aber wenn man die gesamte Anzahl der Spiele guckt, die er beim FC gespielt hat, glaube ich, dass er mehr Spiele hatte, wo man gesagt hat, ja, so lala oder nicht so gut, als Spiele, die eben gut waren. Und wenn man dann bedenkt, dass wir halt auf einigen anderen Positionen wahrscheinlich sogar noch mehr Probleme haben und halt nicht viel Geld haben, halte ich es nicht für richtig, dir unbedingt einen Innenverteidiger für 2,5 Millionen zu verpflichten. Ich würde mir eher wünschen, dass man mit Timo Hübers verlängert und dass man Luca Kielian mal wieder auf die Beine bekommt oder Soldo sich nochmal ein bisschen entwickelt und man dann vielleicht im Sommer alternativ entweder Smalic hochzieht, dann endgültig als Innenverteidiger Nummer 4 oder man eben auf dem Transfermarkt dann eventuell sogar ablösefrei jemanden holt. Ich halte es dann nicht für klug, aus FC sich dann eben zweieinhalb Millionen für einen Jeff Chabot eben auszugeben. Aber meine persönliche Meinung, ich bin sehr gespannt, wie ihr es seht. Ja, und Punkt 3 und 4 sind Gerüchte. Die habt ihr wahrscheinlich bei Taubi oder bei irgendeinem anderen FC-Youtuber schon mal gehört, weil sie jetzt schon ein paar Tage alt sind. Trotzdem wollte ich da auch nochmal meinen Senf zugeben. Und Punkt Nummer 3 ist, der FC soll Interesse haben an Monju Molulu von Hannover 96.2. Sorry, ich musste gerade ablesen, ist nicht so einfach, den Namen, den muss man schon ein paar Mal gehört und gelesen haben, bis man den drauf hat. Ja, 20-Jähriger rechts außen, spielt bei Hannover, schneller Spieler, Flügelspieler, technisch gut und unfassbar torgefährlich und hat auch einen sehr guten Blick für seine Mitspieler. Hat in dieser Saison bei Hannover 2 in 17 Spielen 7 Tore, 8 Assists gegeben. Ein unglaublich guter Junge, hat noch bis 2023 Vertrag. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass das wahrscheinlich dann eher ein Griff für den Sommer sein könnte, als ablösefreien Spieler. Angeblich soll auch RB Leipzig dran sein. Allerdings auch ohne Köln-Brille, muss man sagen, für einen 20-Jährigen, der in der Regionalliga spielt, direkt den Sprung zu RB Leipzig. Ja, halte ich auf jeden Fall für sehr schwer. Beim FC natürlich auch. Allerdings hat man beim FC mit Denis Vosembasic halt einen Vorreiter, wo man sieht, dass das klappen kann. Und Baumgart sagte ja im vergangenen Sommer, er will Spieler haben mit richtig krasse Endgeschwindigkeit. Meiner Meinung nach hat man da außer meiner jetzt nicht wirklich jemanden bekommen. Adamians Tempo ist okay, halte ich aber jetzt nicht so für den krassen Sprinter. Das bringt halt für mich nur meiner mit, zumindest von den neuen Spielern. Wir haben natürlich auch noch andere Spieler im Kader, beispielsweise Thielmann oder auch Ljubicic, die unfassbar schnell sind. Trotz allem fehlt es da meiner Meinung nach dem FC immer noch ein bisschen an Pace. Und wenn man so einen Jungen ablösefrei bekommen kann als Perspektivspieler, als Rotationsspieler oder vielleicht explodiert er sogar like Ljusembasic. Deswegen glaube ich, wäre es ein guter Transfer, ist bestimmt ein guter Junge. Sehr interessant. Ich bin gespannt, ob der FC ihn wirklich dann, maybe sogar im Winter, aber ich denke, er im Sommer bekommen kann. Ja, und Punkt Nummer 4 ist auch ein Gerücht rund um den FC. Und der FC soll Interesse an Michael Martin haben. 22-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, spielt beim SV Ried in der österreichischen Liga, hat 15 Spiele gemacht, ein Tor vorbereitet, kann auch als Zehner spielen oder im rechten Mittelfeld. Auch hier ein variabler Spieler, 22 Jahre alt und halt ein Spieler, der halt so die Position von Ljubicic bekleiden könnte. Ja, ich persönlich für meinen Teil glaube halt, dass wir im Sommer auf jeden Fall mindestens einen unserer Topspieler verlieren werden. Am allerwahrscheinlichsten, wie ihr ja wisst, ist Elias Giri. Kann natürlich auch jetzt schon im Winter passieren, könnte aber allerdings dann auch erst im Sommer passieren, wenn er sich entscheidet, nochmal zu verlängern. Da gibt es ja das Gerücht, vielleicht ein Jahr verlängern mit Ausstiegsklausel. Muss man sehen. Ich hoffe nur, dass diese Klausel dann natürlich nicht zu tief angesetzt wird, weil für den Skiri bleibe ich immer noch dabei, musst du mindestens 10 Millionen Ablöser aufwärts kassieren. Ich hoffe, dass der FC das macht. Ja, Michael Martin, wie gesagt, ein Spieler, der 1 zu 1 die Position von Ljubicic spielen kann. Ich hoffe, dass sich da keinen Abgang anbahnt, denn Ljubicicic wie ihr ja wisst und man hat es auch in der Hinrunde gemerkt, ist für den FC unfassbar unersetzlich. Jetzt aber zu Michael Martin zurück. Ist wahrscheinlich echt ein sehr guter arbeitender Spieler. Also so wie ich das im Internet lesen konnte, ist das einer, der nie aufsteckt. Und das könnte gerade vom Charakter her jemand sein, der dann auch in unsere Mannschaft passt. Man muss natürlich gucken, ähnlich wie bei Monulu, dass der Sprung vielleicht nicht so krass zu hoch ist, dass man vielleicht auch von dem Jungen nicht zu viel erwartet. Hat noch bis 2024 einen Vertrag und marktet von 400.000. Würde dann bedeuten, dass hier dann, ob man ihn jetzt oder im Sommer holt, dann da eine Ablöse fällig werden würde. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt unfassbar hoch ist. Also ich würde tippen, vielleicht max eine Million. Ich glaube, mehr würde man für ihn nicht zahlen. Es ist natürlich die Frage, welcher Spieler den Verein noch verlässt. Wenn wir nämlich in der Besetzung bleiben, in der wir aktuell sind, nämlich mit Skiri, mit Martel, mit Ljubicic, wenn dann hoffentlich auch alle gesund sind, mit Olesen, der ja wieder zurückkommt, dann haben wir da halt schon einige Spieler. Hussein Basic, den ich eigentlich tendenziell ein bisschen offensiver sehe, der aber halt auch diese Achterposition natürlich spielen kann. Da haben wir natürlich so viele Spieler, dann müsste halt eigentlich erst mal einer gehen, was ich eigentlich nicht hoffe, damit dann für ihn Platz frei wird. Am Flügel bezüglich Monulu sehe ich das ein bisschen anders, weil da haben wir jetzt nicht, ja, gefühlt sechs, sieben Spieler für zwei Positionen, zumindest keine guten, wo ich jetzt so richtig krass von überzeugt bin, wenn ich jetzt, ja, da an Adamian zum Beispiel denke, aber steht auf einem anderen Papier. Deswegen, ja, Freunde, haben wir Interesse an zwei interessanten Spieler, mit Monulu von Hannover 2, Michel Martin vom SV Ried. Zwei junge, interessante Spieler. Schreibt mir gerne rein, was ihr von ihnen haltet, ob ihr euch vorstellen könnt, dass der FC da zuschlägt. Schreibt mir gerne rein, was haltet ihr von Jeff Chabot, würdet ihr die in meinen Augen teure Ausstiegsklausel, beziehungsweise Kaufoption, Entschuldigung, Kaufoption von zweieinhalb Millionen Euro zahlen und wie persönlich seht ihr die Entwicklung von Usain Basis und wo glaubt ihr für diese Entwicklung für ihn persönlich und letztlich dann auch für den FC noch hin. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, freue mich auf eure Kommentare, lasst mir immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr neu seid und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabio ist raus, haut da rein und ciao!